Das ist unangenehm, was Sie machen. Ja, unangenehm. Das macht man nicht. Das macht man nicht. So protestiert man nicht, dass man Verkehr behindert und Menschen behindert. Die damit nichts tun. Die nutzen Autos, stoßen CO2 aus, wo das ist. Nach Berlin, seit 2014, die Autofahrer, die sind die Täter, die hier in den Autos sitzen, die den CO2 auch schon schuld sind. Wie wollen Sie denn nach der Arbeit kommen? Wenn wir jetzt 30 Kilometer mehr haben, dann haben wir alle einen Vogel. Wir haben alle mal einen Vogel. Ihr wisst ja nicht, was ihr tut. Ihr müsst mal das Gehirn einschreiten. Das ist es nämlich. Genau. Das ist der größte Fehler, den die hier machen. Die kämen für mich alle mal ein wie ein Gefängnis. Richtig, da gehören die hin und nicht woanders. Arbeitslager ist eigentlich noch besser. Ja, noch besser. Noch besser. Da lernen sie ansteigen. Genau. Da lernen sie ansteigen. Aber was sie hier machen, das ist nicht anders. Das wäre damals nicht passiert. Nein, das wäre nicht passiert. Das werden die schon ansteigen werden, aber für den Zeitraum. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig.